Akzeptieren. Loslassen. Verändern ist das heutige Thema des Videos. Ich lese dir aus dem kleinen Meditationspuffo und hoffe, dass du dabei etwas entspannen kannst. Nichts, wogegen wir ankämpfen, können wir verändern. Die Meditation hilft uns, die Dinge anzunehmen, so wie sie sind. Dann wandelt sie alles vom Selbst. Ich bemühe mich, negative Gedanken und Wünsche zu unterlassen und lebe von Tag zu Tag mehr Liebe und Geduld. Ich richte meine Augen auf den Zeitpunkt, wo ich vieles, was mich heute noch bedrückt, hinter mir gelassen haben werde. Jetzt geht es um das Thema Verzeihen. Indem du versuchst, dir zu verzeihen, behandelst du dich selbst bereits liebevoll. So kannst du Stück für Stück ganz langsam deinen Schmerz, deinen Ärger und Schuldgefühl loslassen. Um dich selbst wieder wirklich zu mögen, solltest du diesen wichtigen Schritt zur Heilung und Neuentfaltung deines eigenen Selbst unbedingt tun. Begebe dich zu deinem Meditationsplatz und setze oder lege dich bequem hin. Nimm einige tiefe Atemzüge, so langsam, wie es dir angenehm erscheint. Mit jedem Einatmen stellst du dir vor, Wärme und heilendes Licht aufzunehmen. Mit jedem Ausatmen lässt du langsam vom Scheitel bis zur Sohle jede Anspannung in den verschiedenen Muskelpartien los. Schließe deine Augen und stelle dir vor, dass du an einem wundervollen Heilungsort bist. Schau dich um und geh dann Schritt für Schritt auf eine warme Quelle zu, von deren Wasser du weißt, dass es wohltuend und heilkräftig ist. In diesem heilenden Gewässer siehst du bereits einige Menschen sitzen, die du schätzt und liebst, du hörst, siehst oder spürst ganz einfach und ihnen näher kommst. Du gehst zu ihnen, setzt sich in das angenehm warme, belebende Wasser und genießt die Nähe dieser wundervollen Menschen. Einige kennst du aus der Gegenwart, andere aus der Vergangenheit, vielleicht nur ganz vage. Aber mit allem verbindet dich Wertschätzung, Liebe und Vertrauen. Lege deinen Kopf auf die Schulter eines dieser Menschen oder lehne dich einfach an jemanden an. Diese andere Person schaukelt dich ganz liebevoll, als wärst du ein kleines, schutzbedürftiges Kind und du genießtest all diese lieben Wesen in der Quelle. Wir empfehlen dir, jeden Tag mit Liebe zu beginnen und zu beenden. Liebe, die du von ihnen spürst, ist möglich, weil dir alles vollkommen vergeben worden ist und du dich für nichts mehr schämen musst. Können wir alle noch ein wenig dazulernen, gewisse Muster loslassen, die uns oder anderen schaden, dennoch bist du schon jetzt absolut lebenswert. Und hier in diesem warmen Quellbecken weißt du das auch und genießt den inneren Frieden. Wenn es Zeit für dich ist und du dir wirklich von Liebe und inneren Frieden durchdrungen fühlst, verabschiedest du dich und kommst wieder ganz geerdet in deinem Körper und an deinen Meditationsplatz, in deinem Zimmer zurück. Du nimmst diesen Frieden jetzt in den Alltag mit und gewiss kann es sein, dass dir alles, was es noch zu tun gibt, leichter von der Hand geht. Negative Gedanken sind wie ein Klettverschluss. Sie kleben in unserem Gehirn fest. Gute Gedanken und Erinnerungen sind hingegen ihr wie Teflon. Sie schwimmen einem förmlich aus dem Gedächtnis davon. In dieser Meditation wenden wir uns ganz bewusst dem Guten in unserem Leben zu, damit es einen größeren Raum in unserem Bewusstsein einnehmen kann. Ich werde dir einige Denkanstöße geben, aber natürlich solltest du und deine eigenen Erfahrungen ergänzen oder sie sogar ersetzen, dass du dich an gute oder bereichende Dinge erinnerst, die heute dir widerfahren sind. Das waren auch noch die sanften Sonnenstahlen, die dein Gesicht berührten, als du beim Heimweg in den Himmel blicktest und viele, viele Dinge mehr, die dir vielleicht jetzt noch einfallen. Erinnere dich also zunächst nur an diesen einen Tag und an alles, was an diesem Tag gut und schön und berührend war. Fühl tief in dein Herz und in deine Seele hinein und spüre, wie du dieses wohlige, angenehme Gefühl, das sich ausbreitet, wenn du glücklich und dankbar bist. Wie fühlt es sich an? Verspürst du es am deutlichsten im Körper? Nimm dir auch noch etwas mehr Zeit zum Denken, so gut du kannst, an die letzten Tage zurück zum Beispiel. Ist es dir möglich, dich wenigstens an zwei oder drei positive Erlebnisse pro Tag in der letzten Woche zu erinnern? Vielleicht bemerkst du, dass dein Atem bereits ruhiger und tiefer geworden ist und du auf dem Sofa oder auf deinem bequemen Platz förmlich hineingesunken bist. Hast du noch ein paar Momente Zeit, dann lass den letzten Monat oder gar das letzte Jahr in Momentaufnahmen-Revue passieren. Aber nur bei den guten, schönen, erbaulichen Erinnerungen versuche dir so präzise wie möglich, das Schöne und Tolle zu erinnern. Diese Übung heißt unterm Wasserfall. Nimm dir wieder etwas Zeit. Stelle dir vor, wie du schön langsam durch einen Wald oder über eine Wiese gehst und schließlich an einem Wasserfall kommst. Es ist ein magischer Wasserfall. Stelle dich darunter und fühle das angenehme Wasser auf dich herabplätschern. Dieses Wasser hat eine reinigende und stärkende Wirkung. Du empfindest tiefe Dankbarkeit dafür, dass dieses Wasser dir so viel Freude bereitet und gleichzeitig jede Traurigkeit, Angst, Unlust und andere negative Gefühle wegspült. Nun strecke beide Hände aus. Sammle einiges Wasser darin und trinke es. Das fühlt sich stärkend und heilender. Lasse das Wasser dann immer weiter in deine Hände fließen. Es sammelt sich und quillt zugleich über. Wird stetig ausgetauscht. Alle Tropfen kommen und gehen. Obwohl in deinen Händen immer etwas Wasser verbleibt, weißt du, dass es nicht dasselbe ist wie das, das du noch vor ein paar Sekunden berührt hast. Eine ständige Erneuerung findet statt. Wir können, und das ist die Lehre, dass du hier unter deinem Wasserfall verstehen lernst, nichts im Leben festhalten. Alles ist dem Kommen und Gehen ausgesetzt. Kannst du beginnen, dass du gerade, wenn du loslässt, im Fluss bleibst und dass dich deine Lebenserfahrung dann ständig weiterentwickelt. Nicht anhaften, heißt es im Buddhismus. Wenn wir das wirklich verstehen, wird alles viel leichter. Wir sind dann von Moment zu Moment offen für neue Eindrücke und Erlebnisse. Beende diese Kontemplation, wenn du möchtest, wieder mit einem Klang oder einem Gefühl. Du wirst dich leichter fühlen und mehr Tatendrang verspüren und auch nicht mehr nass werden, weil dein Wasserfall ja mag ist. Was ist die Wirkung von Meditation? Diese wird heutzutage nicht nur von immer mehr Menschen praktiziert und geschätzt. Auch die Wissenschaft erkennt ihr Potenzial und beschäftigt sich seit einiger Zeit intensiv damit. Die Auswirkungen von Meditation auf den Körper, das Gehirn und unser ganzes Leben. Die Dichter in jenen Regionen, die für Kreativität, Urzeitgedächtnis, Entscheidungsvermögen, Empathie und Selbstmitgefühl verantwortlich sind, wächst an. Außerdem wurde beobachtet, dass man generell weniger leicht gestresst wird und Adrenalin und Cortisol produziert. Der meditierende Geist ist der schöpfende und erfinderische Geist und hilft uns auch generell, verständnisvoller, liebevoll, luldiger und einfühlsamer zu sein. Ich habe hier 50 positive Affirmationen für dich, deine Gesundheit, Erfolg und Glück. Wenn du möchtest, kannst du diese Affirmationen wiederholen oder hör einfach zu. Vielleicht sind einige für dich dabei. Ich achte auf meine Gesundheit. Ich achte auf meine Gesundheit. Das Universum gibt mir volle Unterstützung. Alles in meiner Welt ist gut. Alles in meiner Welt ist gut. Andere Menschen respektieren mich so, wie ich bin. Ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich verzeihe mir selbst. Liebe und Harmonie erfüllen mein Leben. Liebe und Harmonie erfüllen mein Leben. Ich habe Spaß am Leben. Ich bin liebenswert. Ich liebe meinen Körper. Ich liebe meinen Körper. Wohlbefinden und Kraft durchfluten mich. Wohlbefinden und Kraft durchfluten mich. Ich vertraue meinem Körper. Ich vertraue meinem Körper. Ich nehme mich so an, wie ich bin. Ich nehme mich so an, wie ich bin. Ich strahle Liebe in die Welt. Ich atme dich ruhig und entschippern. Ich atme dich ruhig und entschippern. Heute ist ein wunderbarer Tag. Heute ist ein wunderbarer Tag. Ich lasse alles los, was ich nicht mehr brauche. Ich lasse alles los, was ich nicht mehr brauche. Ich bin voller Energie und Lebenskraft. Ich bin voller Energie und Lebenskraft. Mein Körper ist stark und gesund. Mein Körper ist stark und gesund. Ich bin ein kreativer Mensch. Ich bin ein kreativer Mensch. Ich vertraue mir selbst. Ich vertraue mir selbst. Ich erkenne nun meine Stärke. Ich erkenne nun meine Stärke. Und jetzt kommt ein Satz. Er wird wahrscheinlich nicht jedem leicht fallen, ihn auszusprechen. Aber ich bitte dich doch sehr darum, sprechen bitte aus für mich. Wiederhole bitte das, was ich jetzt zu dir sage. Ich liebe mich selbst. Ich liebe mich selbst. Liebe mich selbst. Wenn du dich selbst liebst, ist das was Gutes. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Egoismus hat nichts mit Selbstliebe zu tun. Das ist eigentlich genau das Gegenteil davon. Es geht um Affirmationen für Partnerschaften und Familie. Wenn du dazu neigst, toxische Beziehungen zu viel reitest, Unterbindungsangst, kannst du mit Hilfe von Affirmationen an diesen Problemen arbeiten. Wichtig ist, dass du immer von dir ausgehst. Mit Affirmationen kannst du deine Gedanken verändern, jedoch nicht die deines Partners. Mit Sätzen wie, mein Partner liebt mich jeden Tag wie immer mehr oder mein Partner akzeptiert mich so wie ich bin, kannst du nicht viel ausrichten. Versuche stattdessen an deiner Einstellung zu arbeiten. Ich bin dankbar für meinen liebevollen Partner und meine Familie. Ich ziehe die Menschen in meinem Leben an, die mir gut tun. Ich kann meinen Partner so akzeptieren, wie er ist. Ich verdiene eine liebevolle und ehrliche Beziehung. Ich verdiene eine liebevolle und ehrliche Beziehung. Ich weiß, dass ich den Menschen meiner Träume finden werde. Von Tag zu Tag kann ich mich anderen Menschen immer mehr öffnen. Von Tag zu Tag kann ich mich anderen Menschen immer mehr öffnen. Ich setze auf die Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen. Ich setze auf die Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen. Ich begegne meinem Partner voller Liebe. Ich begegne meinem Partner voller Liebe. Ich interessiere mich für die Belangen anderer Menschen. Jeder Mensch in meinem Leben gibt mir eine Chance, etwas von ihm zu lernen. Jeder Mensch in meinem Leben gibt mir eine Chance, etwas von ihm zu lernen. Ich habe die Möglichkeit, alles zu erreichen, was ich möchte. Ich habe die Möglichkeit, alles zu erreichen, was ich möchte. Ich kann mein Leben so gestalten, wie ich es für richtig halte. Ich kann mein Leben so gestalten, wie ich es für richtig halte. Ich habe die Stärke, schwierige Zeiten durchzustehen. Ich habe die Stärke, schwierige Zeiten durchzustehen. Durch mein Tun kann ich andere Menschen bestärken. Jeder Tag bietet mir die Möglichkeit, an mir zu arbeiten. Ich kann aus meinen Fehlern lernen, alles, was ich erreiche, verdiene ich. Ich gebe jeden Tag mein Bestmögliches. Alles, was ich brauche, trage ich bereits in mir. Ich habe die Fähigkeit, jede Hürde. Zumeist so Leute, was möchte ich euch noch gerne sagen oder auf den Weg geben. Wir alle haben es nicht immer leicht im Leben. Jeder von uns, wirklich, ich denke jeder von uns, hat schon etwas Schweres und Hartes im Leben erlebt. Vielleicht gibt es auch welche von euch, die gerade auch etwas Schweres durchmachen. Ich kann nicht sagen, die Zeit heilt Wunden. Vielleicht heilt sie teilweise. Es liegt einfach auch vieles, wie auch an uns, wie wir lernen, damit umzugehen. Ich wünsche euch auch viel Kraft, wenn ihr gerade eine schwere Zeit durchmacht. Ich wünsche euch alles Gute. Gute Nacht. Gute Nacht. Ihr seid wundervoll. Ihr seid wundervoll. Du bist wundervoll. Du bist wundervoll und wertvoll. Du bist wundervoll und wertvoll. Das ist in der Fall. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.